Was du immer durchgeschrieben hast, ja oder nicht? Äh, was? Rup di duri. Rur bi duri. F***g ingen gewählte Aus. Ota. Ähm, Jasch. Mhm. Ähm. Hand. ZURÜÖSCH! Pff, Entschuldigung. Hahahaha! Brotig. Ja, hey, es ist Brot. Brotpitt 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 Björn Who the fuck is Björn Wenn Björn geschrieben hättest du hättest nicht mal falsch Es ist ganz falsch Essen Was gibt Fucking Zeitlimit ist einfach Sellerie 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 Also gib mir das aber trotzdem Apfel Äpfel Äpfel Als Abenteuer Atlas Wir können bitte das Spiel an Anker werfen nicht Oh Gott T Jetzt muss ich schied dich ein bisschen Das muss ich Ah Alpollo Austos Und das ist das erste Gendu Paner Ja Arctos Äh Arctos Dammit Mehr mach ich nicht Mehr mach ich nicht Jauchel Jalusie Jauchel Jalusie 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 Du Idiot Du Idiot Du Wo hast du's Da Jetzt will Komm Was Ah ich kann's nicht lesen weil's zu machen Olaf Ich kann nicht Obst 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 Organisch Olaf 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 Müssen wir Baut Und wer Oliver gebrochen hat Der bekommt von mir einen Abzugspunkt Echt Ja Okay Engeschrieben Hehehe Hehehe Nimm Nimm Mandarine Du Kegel Narzisse Nichts Hehehe Du siehst die Fahrtbocken und wurde Grünisch Naaaaa NICHT 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 Nissan Nissan Nigeria Norwegen Nein Nürnburg 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 Ah Nasenbär Wieso istst du mir den Ansonen nicht in diese Knoe Ja das habe ich auch gesehen ich dachte auch ich kacke Ich meine sein kacke NICHT 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 Düsseldorf, mit Doppel-Sch! Ich bin Yoshi, ich habe gerne ein Spiel mit dem Tante, aber ich kann mich nicht an einen Namen erinnern. Da bin ich ein Sadiechtig. Sagt nichts, ne Mandarine! Das kenne ich noch mal nicht. Daniel Kübelböck, Daniel Craig, David Guetta, Donald Trump. Wieso ist mir das sicher nicht in den Sinn gekommen? Ja ok, essen, Dattel, Dodo. Wie willst du einen Dodo essen, Kollege? Die sind tot! Die sind ausgestorben! Das ist ein Gewürz. Und ein Stab. Nein, das ist ein Senf, aber... Das ist ein Gelb. Dijon, äh, Guild Wars. Ey, Tottergelb, sorry, aber wer hat die Tiere in die Fresse geschlagen? Komm mal erstmal auf so eine kreative Idee! Voilà! Das ist Dijon. Ja, Senfgel. Es ist etwas mehr, etwas heller, äh, etwas kräftiger als ein Senfgel. Nice. Einfach gelb, du Opfer! Weisst du, was es für ein Farbspektrum gibt? Ja! Wieso machst du ein Spektrum? Wieso machst du ein Spektrum? Was ist das? Bananen, Beeren, 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 ja irgendwelche Kackebeeren, die wir nochmal verkauft haben! BMW, Bugatti, BMW, Baguette! Ich nehme es nicht mehr ernst! Easy! Mann, Beeren kann! Belgien, 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 Bayern! Das ist das Bundesland! Ja, wenn er Unrecht hat, hat er nicht! Burgdorf, Beeren, Burgdorf, Berlin! Ja, nice! Bananen, Vergas, Beeren, Beiber, Bremse! Ja! Ja, Bremse gibt es! Du meinst ja Bremse? Bremse, Björn! Bremse, ja, aber das wird Bremse gestimmen! Boris, Barbara, Bernd, Basti, Ben... Bulli, Bangkok-Banger! Who the fuck? Das ist das beste Spiel überhaupt! Ich habe noch nie Bangkok-Bangers gehabt! Ah, dann wieso habe ich nie wieder Borderlands geschrieben? Blubella, B-Board, Bitiza, B-Board, B-Board... Wieso? Wieso? Ja, ich denke, sie sei voll intelligent mit dem... Nein, das ist nicht! Blau, Breit, Zillig... Blau, Breit... B-Board... B-Board... Benedikt, Cumberbatch... Let's shh! Fuckin' Vorbetbaram Ex-Benedig Bescheidenes Rot Bescheidenes Rot Easy Pauter Ich glaube ich werde das Spiel auf jeden Fall nicht mehr ernst nehmen Komm einfach Vollgas Vollgas einfach nur Spass dran haben Okay, gut Ich probiere wirklich immer so ein bisschen Oh Clowns Citronen Citronen Geremp 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 Siada Siada Citroen Wieso Clowns Kanar in den Fugen Kanar in den Fugen Hallo Kockbraun Gerempft 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 Chill Orange Citronen Gelb Chill Orange Oder heisst einfach Klein Orange Klein Orange Spritzele Orange Oh warte Ich werde ihn vergessen irgendetwas Einfaches Es kann für ihn sein für ihn sein für ihn Er hätte eigentlich am Abend stehen wollen Zwei Banane Zucchini Er ist der einzige der das weiss Wieso will er im Korb arbeiten Nein Weil wir zu dumm sind Er zählt schon hart Er nimmt zwei Banane Er zählt schon hart Er zählt schon hart Er zählt schon hart Er zählt schon hart Keimenes Keimenes No Verstückelter Keimenes Jetzt in der Oberinsel Zahnsteine ins Zahn ZERMATS Ich bin ich von dem Erdkunde Lass mich Das nennt sich Geografie-Dude Zürich Zürich 10km Zuhause Ich bin mir sicher Ich bin nicht 10km Aber mir ist sicher eine Stadt Zitral, Zitzi Zwo Hirsch Tschern... Tschern... Tschernobel Zebra Ja Zebra Zelt an Williams toter Vater Zuer مت Zul��� T Hindi Zul��� Zul translation Zul grupos Zul выход Zul moons Was ist denn das? Really? Lantia, Lantia, Lata, Leitflanker, Achneewarkt, da steckt ein Auto drin! Lotus, Land Rover, Lambo... Fucking Lambo... Lettland, Lataanland... Pffui... Lundiland... What the fuck is Lundiland?! Ich nehme Lataanland wieder raus... Lettsburg?! Keine Ahnung... Bist du nie im Lundiland gsi... Long, 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 London, Le... Uh, nice... Leicester... Leicester... Lauchsburg, nice... Lachs, Lurchs... What the fuck, Lurchs? Wieso willst du ein Lurchs essen, Flo? Ahnei... Sorry... Lachs, der Dachs mit... Rechtschreibschwäche... 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 Nice... Leo parkt... Also ein G parkt einfach... Löwe, Laus, Lama, Lama, Löwe... Ling, Larry... Lindas, Mann, Bill... Lisanne, nice... Leo, Largs... Leonie, Ludwig... Legend of Zelda, LOL... Ich weiss genau, welches du meinst... Leiser gieselt der Schnee... Die Sommerversion... Also... NICHT! Genau! Lama, Dors, Lugia, Ludicolo, Leta... Leta... Leta King? Ja, ich wusste nicht, ob der mal schreibt... Deswegen... Ich fände gleich Lama, Dors... Das ist... Leta King... Leta King, ja... Legendär, Lauchy... Le... Le... Du hättest ohne ing... Ig... Können schreiben über links... Ne, linksig... Leiser hören... Leck mich... Leiser hättest können... Ja, keine Ahnung... Leck mich... Alter, bei was sind wir jetzt? Liam... Oni-san... Lars Beckenbauer... Leberal... Link hättest... Wissen... Ah... Lindsay Lohen... Nice... Also ich finde Leberaladen... Neue mehr Bett... Easy, weg... Boah, geil, was? Nein... Äh... Lachs... Lauch... Lachhaften... Grosser Burger... Geil! Nimm sie mit Tomaten... Grinkohl... Und HACK! HACK! Lachs-Fahrwig... Leberge... Wo ist sie denn? Die Leber bitte schon! Gelb! Nein... Jetzt hab ich überhaupt her... Lies es nicht! Shit... Nein... Rö... 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 Lies es nicht! Das ist ein Kluze-Kill... He... Ich hab das alles gewisshaft ausgefüllt... Und ich hab mit dir... Und schiess... Schiess einfach rein... Ah... Warte... Ah... Ah... Also es äussert... Anthrazett... 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 Apaginengrün... Gisela, Gisela... Gustav... Er ist etwas... Ha... Nice! Grün... 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 Die Farbe der Hoffnung... Hoffentlich ist das eine normale Kotfarbe... Grünliches Gelb mit einer Mischung aus Rot und Dörfa... Ha... 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 Ja... Verstätte ich es ja nichts falsch... Suppe die zu heiss ist... Schmorbraten mit... Bratkartoffeln und... HACK! Ha... Tante... Ich hab Sinn... Er isst rau... Er isst rau... Und kratzig und geht überall hin... Ich mag Sanken... Er ist kratzig und... Rau und unangenehm... Er isst einfach überall... Ich gebe ihnen hier auch... Full Range of Motion... Ah... Schau da... Schau da... Er hat aufgegeben... Aber es isst schonmal ein Fortschritt... Ich schau mal den Deathplaser Speed hoch... Schau da... Schau da... Wie sie abgehen... Oh... Er geht auf... Ja... Du das aufnimmst... Achso... Du sagst mal einmal oben den Text... Und dann kannst du einfach abrattern... Weil jedes... Easy... Eine neue Spiel... Also wenn es eine Karte ist... Also eine Karte ist... Du kannst es vorlesen... Aber sonst... So ist es... Ja... Too much... Eine neue... Eine neue Spielerkombination von Nintendo... Ins Müsli geschissen... Und... Die Twilight Saga... Bei den... Krebsmenschen... Jeden hat eine andere Karte... Weiss... Das macht Würze von dem Spiel aus... Ähm... Dann weiter... Die Nachkommastellen von Pi rückwärts aufzählen... Und jeder eins mit einer panischen Frage nach einem Dedo ersetzen... Ist das wirklich eine... Die wir haben geschrieben... Und... Ins Schambel massivieren... Bei den... Gummisusis... Aha... Okay... Wow... Nice... Als nächstes... Das ist zu wenig gross... Aber ja... Als nächstes haben wir... Elephantitis... Und... Entenficken... Bei den... Lorenz Strahn... Hihihi... 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 Nice... Das... 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 Das titelt einfach in meinen Fanny-Bone gerad ned... Hihihi... Also... Somalische Piraten... Und... Titeln so gross, dass sie eine eigene Postleitzahl brauchen... Bei den... WLAN-Kabeln... Oh... Okay... Wow... Nein... Was? Also... Als nächstes... Eine fette Frau beim Sex und ein Hering, der alle beleidigt bei den alternativen Energiequellen Okay, gut Also, Vogelmasse Opiumjunkies und Gelbvogler bei den strategischen Abwurften einer Ich bin aktuell am Bomben Okay Also, äh Als nächstes japanische Pornostars und, keine Ahnung bei denen... Schnauze, ich habe gerade angemeldet, du! Scheiss Jugo! Okay, das sind wir bereit wenn ich es zusammen haben Also, und jetzt kannst du bei den Kartensets siehst du einen Vote-Button und für dich, wo du bist kannst du voteen Oh! Es sind alle Scheisse aus dem Heiz Ah, die Klappen Sie sind alle Scheisse aus dem Heiz Es ist die richtige Antwort und als neu weil es das ist Jaaa! 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 Also, meine neue Grafikkarte schafft es die Koffer weil sie verdammt weh tun wenn dir jemand damit in die Fresse haut zu spielen Jaaa! 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 Also! Next! Fish Blowjob mit voller Auflösung dazustellen! Oh! Oh! Unangenehm! Oh! 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 Ich hab schon den Ton schon extrem gängig Meine neue Grafikkarte schafft es Tentakelpornos mit voller Auflösung dazustellen! Haha! Jaaa! Das hätt ich dir nie antwortet! Nein! Interessant! Meine neue Grafikkarte schafft es auf den Peniskacken mit voller Auflösung dazustellen! Haha! Haha! Nice! Interessant! Meine neue Grafikkarte schafft es Ethnische Diversität strategisch mit Macheten klein halten mit voller Auflösung dazustellen! Haha! Okay! Das ist ein heftiges Spiel wenn es das gibt! Was für ein Böschig! Was für ein Böschig! Was für ein Böschig! Oder was? Ja! Ah verdammt! Ah das ist ganz klar! Was für ein Böschig! Das ist ein Böschig! Es ist ein Böschig! Oh! Oh! Das ist ein Böschig! Haha! Ich würde mich sagen, das kann ich mir machen! Bonnennennennennennennennenn! Das ist mein Föschig! Bonnennennennennennennennennennenn! So, Tarko ist dünn, Mann! So, Tarko ist dünn, Mann! Oh, egal! Nein, Bunyo! Bunyo! Ja! Du solltest auch mal beitreten, aber das Problem ist auch, wenn du beitrittst, hast du auch einen 5-10-10-10. Oh, come on! Das haben wir schon mal gehabt! Das haben wir schon mal gehabt! Es hat... Es hat das Ding am Schluss! Weisst du, das Letzte ist etwas zum Essen! Es hat manchmal schon Schokolade und das wollte sie zeichnen! Ja! Und es ist jemand, der gerne Blödsinn macht! Ja, du bist gut! Ja, du bist gut! Ja, ich weiss doch nicht, wie wir es machen wollen! Sorry! Was soll das sein? Ein Herz für... Herz und Kekse Du kannst vorhin nur noch zwei Dinge Oh ja, jetzt lasse ich mich jetzt... Kunstfreier... Was soll das sein? Ihr kennt es doch nicht, Mann! Schau mal auf das Turb-Face an! Und dann meinte so... Juhuuu! Ich habe schon Humor eingegeben! Vielleicht... Vielleicht... Schau mal! Ähm... What? Hahahaha! Hahahaha! Wieso reicht es jeden? In einem grossen Stand! Weil das halt ein JoJo ein Ding ist! Oh... Aha! Ah! So verdammt gut! Ich weiss... Ich bin genial! Ich bin genial im Zeichnen! Bis jetzt hat jeder meine Zeichnungen erkannt! Ähm... Er hat jetzt gedacht, du musst ein Hakenkreuz machen! Er will ein Hakenkreuz machen! Ja! Ey, leg du mir! Fahne Stange! Wer nennt das denn so? Schöne! Schöne! Warte! Geiler Flachhund! Äh... Nein! Sie zeigt auf die richtigen! Grösser denken, Geile! Grösser! Den Rest von Hang könnt ihr ignorieren! Es ist einfach nur... Das, was sie darauf zeigt! Das, was sie darauf zeigt! Das, was sie darauf zeigt, Geile! Was ist das für ein Glied? Was ist das für ein Glied? Ja, der kleiner... Kleiner Funger! Kleiner Funger! Kleiner Funger! Mit einem Finger! Ja, das ist doch schön gefallen! Ja, alle sind so super schiss! Aber ja, dann mache ich auch das! Was ist das für ein Buchstabe? Ein Buchstabe, dann ein Y, dann den Rest! Hä? Mit dem Y, Geile! Mit dem Y und dem F! Ja, voilà! Da hat er es! Ah... Ein Ping-Pong-Tisch! Nein! Schau, sie checken es alle! Aber sie wissen es nicht, wie beim Amseln! Warte, Jovan! Und der hat... Warte, 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 warte! Das muss ich rückwär... Äh... Rückwär... Nein! Rückwärme! Oh, die Hohren-Essige Schläger! Sekunden! Sekunden! Noch nicht alle Antworten! Das ist eine Golf-Schläger! MAKEGING! Was ist das letzte? Es ist... Es ist... Ich hab' den F! Ich hab' den F! Ich hab' den F! Ich hab' den F! Stop-Buss! Bekeleee! Es ist ein Dünn-E! Ah, weißt du was? F! Mann, ist es einfach so... Holy bananas! Du trinkst das an. what the fuck is the floor? Was soll das denn? Ich gebe es noch nicht hier, das soll nicht nicht stehen... OHHH MY GOD WHAT THE FUCK IS buradan. Oh Gott! Oh Gott! Ich wünschte ich könnte, aber dann können wir die anderen auch schauen, was ich zum Zeichnen habe. Ich würde sagen, es wäre ein Rochen oder ein Roman. Wie soll ich einen Roman zeichnen? Einfach ein Textbuch. Zeichne ich einfach ein Typ. Zeichne ich ein Typ wäre... Alter, mach das nicht, während ich saufen bin und geh... Was? Was ist das, Mann? Ich weiss es. Es ist ganz klar ein... Also es geht um meinen Quack. Bitte antwortet nicht schnell. Was soll das sein? Was ist das? Was ist das? Das ist doch Mummel mit Beinen. Hä? Frau Gaff. Was ist das? Ah, ich weiss es. Hahaha. Hahaha. Ich will doch den Nächsten rum. Kack, 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 kack. Kock. Hör, bin ich jetzt so dumm. 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 Hör, bin ich 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 so dumm. Pfff Oktoberfest Oktoberfest Dirndl 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 Ich weiß doch nicht, wie man den Scheiss schreibt, Mann Ich weiß auch nicht, wie man den Scheiss schreibt, Mann Es ist nicht Dirndl Juigne Adverb12 Kann ich mir einen Namen geben? Ah, ich bin Bulwab, ok Oh, 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 oh aggio Weil, wenn wir die Scheiss schriert, Mann Bis zum nächsten Mal.